Gut, ich beginne mal, möchte mal erklären, worum es in diesem Vortrag geht. Der Titel ist zwar, macht neugierig, sage ich mal, ja, aber was wir hier nicht machen können aufgrund der Zeit, ist, wir können nicht in die Tiefen der Kryptografie hinabsteigen und dann jetzt unsere Algorithmen im Detail unterhalten. Ich möchte einen Überblick geben für alle, die Kommunikation verwenden, für alle, die Systemadministratoren sind und Systeme konfigurieren, die mit Infrastruktur zu tun haben, den möchte ich mir eine Gelegenheit geben, eine Entscheidungsgrundlage zu finden, wie Systeme zu konfigurieren sind, wenn Verschlüsselung eingesetzt wird. Und Verschlüsselung ist ein Grundbaustein von IT Security und das soll dieser Vortrag etwas beleuchten. Beginnen wir einfach mal. Ein paar Worte über mich. Ich habe ursprünglich Physik studiert, verwende PGP seit 24 Jahren, oder 22, je nachdem, ob man rechnen kann oder nicht, bin in der Informationstechnologie seit 15 Jahren, bin beim Technikum Wien, bin in der Geschäftsführung der DeepSec-Konferenz und in einem selbstständigen Netzwerk. Das heißt, wir haben relativ viel mit IT zu tun. Wir konfigurieren Systeme, wir haben einen Überblick über, was alles schiefgehen kann. Und warum sollte man sich jetzt damit überhaupt beschäftigen? Das erste ist mal, Kryptografie ist eine Sicherheitskomponente. Sie hat einen Zweck, sie schützt Kommunikation und Daten. Das heißt, da kommen wir einfach nicht dran vorbei. Klartext ist so 2000, aber vor Christus. Das heißt, Klartext war mal ganz nett, aber das ist schon lange her und das ist schon vor dem Internet der Fall gewesen. Klartext ist mittlerweile fahrlässig. Also an alle Start-ups und alle Leute, die fleißig irgendwas programmieren, um zu wissen, was sie da eigentlich tun. Klartext gehört in kein Kommunikationsprotokoll. Nie, nirgendwo, nicht mehr. Ja, das heißt, Developer aufgepasst. Was allerdings auch ein Punkt ist, Verschlüsselung macht neugierig. Wenn jemand Verschlüsselung einsetzt, dann hat der ja was zu verbergen. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, Verschlüsselung alleine ist jetzt kein Garant dafür, dass mir nichts passiert, sondern da schaut jemand dann schon mal hin. Da kommt man gleich dazu, wer das macht. Und mir geht es jetzt darum, einfach ein paar Algorithmen und Methoden vorzustellen, die noch gehen. Das heißt, es ist noch nicht alles verloren. Wie dann man diese Algorithmen konfiguriert und wo man sie einsetzt, das ist wieder Teil der Applikation. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Fangen wir mal mit dem Hintergrund an. Warum gibt es diesen Talk? Warum habe ich diesen Talk geschrieben? Seit letztes Jahr im Sommer ist die National Security Agency sehr viel in den Schlagzeilen, ungewollt. Und was macht diese Agency eigentlich? Was ist ihre Aufgabe? Ihre Aufgabe ist es, Kommunikationstransmissionen zu erfassen. Und sie macht das im Auftrag der US-Regierung. Wenn man ein bisschen im Netz schaut, dann findet man, dass diese Behörde damit beauftragt ist, global Daten zu sammeln. Und zwar primär Datentransmissionen, die sich mit Kommunikation beschäftigen. Das ist die Aufgabe dieser Behörde. Das heißt, eigentlich macht sie nichts anderes, als ihr Zweck es sagt. Und sie ist autorisiert für Geheimoperationen, Abhöranlagen und Sabotage. Das heißt, alles was in der Presse ist, ist jetzt eigentlich laut dieser Beschreibung Aufgabe der Behörde. Es gibt da eigentlich keine Überraschung. Also wenn jemand glaubt, aha, es ist ja unglaublich, dass da Dinge abgehört werden, das ist keine Neuigkeit. Wie erfolgt jetzt der Zugriff auf die Kommunikation? Man darf nicht vergessen, dass Kommunikation schon immer Behörden, Dienste und Gruppen neugierig gemacht hat. Das ist auch nichts Neues. Das ist nicht erst seit letztem Jahr so. Das ist auch nicht seit diesem Jahrhundert erst so. Das ist schon lange so. Konkret, wenn wir das Internet beleuchten, gab es das schon in den 90er Jahren Bestrebungen. Da gab es die Crypto-Wars, das heißt, gab es Diskussionen um, kann man Verschlüsselung verbieten, regulieren. Es gab Exportverbote, die sind dann gefallen. Es gab die Idee, Nachschlüssel für alle Kommunikationen aufzuheben, zu verteilen. Es gab Vorschläge von der NSA, diese Schlüssel zu melden und alles Mögliche. Und nach 9-11 gab es dann einen Haufen von Gesetzen, die dieser Bestrebung noch nicht entgegenwirken, sondern sie unterstützen. Und prinzipiell möchte ich nur bei all dem, was jetzt hier so steht und was jetzt in der Presse war, ich möchte eigentlich nur zwei Projekte rausgreifen. Ist in letzter Woche noch weitere dazugekommen, aber der Fokus ist jetzt mal die Kommunikationsüberwachung, weil das die Daten sind, die am ehesten abgefangen werden können, beziehungsweise betrachtet werden können. Dafür gibt es zwei Projekte, das Projekt Bullrun und das Projekt Edgehill, je nachdem, welcher Dienst das betreibt. Diese Projekte stammen daher, dass im Internet die Kryptografie eine zunehmende Verbreitung erfahren hat. Das heißt, sprich, jeder kennt HTTPS, SSL, TLS, das wurde halt verwendet. Einige Protokolle haben das bei Default drin und man hat sich halt Gedanken gemacht, wenn man nun als Aufgabe hat, Kommunikation abzufangen, was mache ich mit Verschlüsselung? Also, sprich, man hat mit Transmissionen zu tun, wo man den Schlüssel nicht kennt, weil diese Schlüsselhinterlegung nicht durchgesetzt wurde, behördlich, also gerechtlich. Wenn man die Aufgabe hat, muss man irgendwie auch Verschlüsselkommunikation mit betrachten, man muss den Zugriff bekommen. Und diese Projekte versuchen das jetzt durch eine Kombination von verschiedenen Methoden. Und wer glaubt, dass das im Kampf gegen Terror entstanden ist, der irrt, weil das Programm gibt es schon länger. Also, das hat jetzt eigentlich nichts mit Terrorismus zu tun, sondern Aufgabe der Dienste ist, Kommunikation anzuschauen, also gibt es da Programme dafür. Und wer jetzt glaubt, dass das nur ein Dienst ist, nur mal ganz kurz, um die Perspektive klar zu machen. Die beiden Kürzel sind öfter in der Presse. Die beiden sind Teil einer Allianz, die Kanada, Australien, Neuseeland einschließt. Dann gibt es noch einen Haufen von anderen Dienststellen, die aus verschiedenen Gründen auch ein Interesse daran haben, Kommunikation anzuschauen. Dann gibt es noch andere Länder, außerhalb der Five Eyes Länder, die da mitspielen. Und jedes Land hat einen Geheimdienst. Es ist nicht so, dass es nur fünf Länder der Welt haben. Jeder hat sowas. Auch neutrale Länder haben Geheimdienste. Und was natürlich nicht in der Presse ist, lustigerweise, es gibt da noch andere Länder, denen immer irgendwelche Rollen zugeschrieben werden. Das heißt, wir haben es jetzt hier nicht nur mit einem Dienst zu tun, sondern das wird weltweit gemacht. Und wie gesagt, das ist hunderte von Jahren halt. Geheimdienste gab es schon ewig. Gut, kommen wir mal zurück zur Kryptografie. Gibt es eine Kryptokalypse? Das heißt, was kann Kryptografie schützen? Da müssen wir uns überlegen, worum es eigentlich geht. Nämlich, einmal geht es um Metadaten. Die Metadaten sind Teil der Übermittlung, aber nicht der Inhalt. Das heißt, da steht drin, wer mit wem kommuniziert, wie, wann, wie lange, wie viel, welcher Inhaltstyp das ist. Ist das Sprache, ist das Bild, ist das Text, ist das was auch immer. Da können Orte dazugehören, GPS oder Ortsnabern, Domains oder was auch immer. Diese Metadaten beschreiben nur die Art der Kommunikation. Und die sind extrem aufflussreich. Dann gibt es noch die Inhaltsdaten. Also was eigentlich transmitiert wird. Das sind dann Gespräche, Korrespondenz, Dateien, was auch immer. Das heißt, wenn ich eine Datentransmission habe, dann habe ich diese beiden Arten von Daten mal prinzipiell. Viele Protokolle legen den Fokus auf die Inhaltsdaten und verschlüsseln diese. Und die Metadaten werden nicht besonders geschützt. Gutes Beispiel, SMS-Verschlüsselung. Da gibt es Software dafür. Und diese SMS-Verschlüsselung hat natürlich das Problem, das SMS ist verschlüsselt. Aber die Nummern, wer mit wem kommuniziert, nicht. Klassischer Fall, Metadaten, Quelle, Ziel, bekannt. Wo passieren jetzt diese Attacken auf Kommunikation? Das Erste, was es gibt, ist mal der Netzwerkverkehr direkt. Das heißt, wenn ich das Netzwerk sehen kann, dann kann ich schauen, was da so über die Leitung geht. Und kann da Mitschnitte machen. Das geschieht mit und ohne Hilfe von Internetanbietern. Sei es direkt an Kabeln oder auch mit Hilfe von Firmen, die Kabel betreiben. Man muss schon davon reden, dass Infrastruktur dadurch kompromittiert wird. Weil wenn ein Kabel eine Abzweigung erhält, ist es ja nicht mehr das Kabel, was ursprünglich drin war. Das heißt, es wurde verändert, also kompromittiert. Dasselbe kann ich aber auch mit Geräten machen, die Daten transmitieren. Ich kann die Endgeräte kompromittieren. Das heißt, sprich, wenn ich nicht in die Mitte komme, dann gehe ich einfach zu den Ursprüngen, zu Quelle und Ziel der Kommunikation, versuche da irgendwie reinzukommen und gehe dann vielleicht direkt an die Tastatur oder sowas. Klassischer Fall, Keylogger, Toyana, Viren, was auch immer. Oder, wenn ich etwas Zeit habe, mir etwas überlegen kann, dann kann ich die Implementationen attackieren, indem ich die Standards attackiere und sage, okay, wir brauchen einen Standard für ein Protokoll, für Verschlüsselung und jetzt baue ich da Dinge ein, die man dann besonders leicht unter gewissen Umständen ausnutzen kann. Das ist ein Fokus von diesem Talk. Wenn das alles nichts hilft, dann kann ich mir immer noch die Schlüssel besorgen. Ist teilweise schwierig, aber wenn ich mal auf den Endgeräten bin, dann habe ich die sowieso. Sprich, ein infizierter PC, der ist nicht vertrauenswürdig und wer da mitliest, kann auch die Schlüssel mitlesen. Und wenn das alles nicht hilft, dann kann ich immer noch hergehen und kann blind nach Methoden oder wie auch immer Schlüssel ausprobieren. Das ist so ähnlich wie Passwortraten, nur mit Bits und Bytes. Aber die Projekte, die ich eben vorgestellt habe, beleuchten alle diese Möglichkeiten und es gibt da Implementationen dazu. Die schauen wir uns jetzt mal an. Netzwerkverkehr. Alles, was über Leitungen geht, kann abgehört werden. Das war der Ursprung der Cyberpunk-Bewegung, weil die haben sich nämlich früher schon überlegt, ja Moment, wir haben ja analoge Telefonleitungen, die sind ja nicht verschlüsselt. Das heißt, ja sind sie nicht. Das heißt, die Sachen, die da drüber gehen, kann man abhören. Bei analogen Leitungen kann ich das sogar mit Klemmen machen. Da brauche ich jetzt keine großen Abzeugen machen. Das heißt, man muss sich vor Augen führen, alles, was im Internet kommuniziert wird, ist einsehbar. Und das Internet beginnt am Gehäuse eines PCs und eines Smartphones. Das heißt, sobald ich das Gehäuse verlasse, über WLAN, Bluetooth oder Netzwerkkabel, bin ich schon in der Gefahrenzone. Was man jetzt dagegen tut, ist Verschlüsselung einsetzen, um mal den Transport abzusichern. Man kann das auch schachteln. Es kann mir niemand verbieten, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal zu verschlüsseln. Das ist halt ein gewisser Aufwand. Doppelt bis dreifach ist Standard. Was ich schwer schützen kann, sind Metadaten. Weil ich habe nun mal irgendwie einen Anschluss, sei es eine IP-Adresse oder eine Telefonnummer. Und die Metadaten zu schützen, ist nicht unbedingt Teil der Kryptografie, sondern da brauche ich ein anderes Netzwerk oder Anonymisierungsnetzwerke oder muss Datentransmissionen irgendwie bündeln, dass man nicht gleich sieht, was drin ist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann das auch über VPNs lösen, die man verschachtelt. Aber ich brauche dann immer irgendwie eine Gruppe von Teilnehmern, um das Ganze ein bisschen durchzumischen. Und das ist bei bestimmten Protokollen nicht möglich. Und was noch ganz wichtig ist, bitte nicht aus diesem Vortrag herausgehen und sagen, ich muss jetzt verschlüsseln und dann kann mir nichts passieren. Das Verhalten eines jeden in der Kommunikation ist ein wichtiger Faktor, der kombiniert mit den Metadaten Informationen preisgeben kann. Die man nicht preisgeben möchte. Um das zu illustrieren, habe ich hier ein hoffentlich stark verkleinertes Baumdiagramm, Grafdiagramm. Und zwar, das ist ein Metadatendiagramm aus Logfiles, die Korrespondenz beschreiben. Hier steht im Prinzip, wer mit wem kommuniziert. Das heißt, das ist ein Kommunikationsdiagramm. Und jetzt sieht man schon, hier gibt es mal so Außenseiter, die nur miteinander kommunizieren. Dann gibt es hier irgendwelche wichtigen Personen oder Organisationen, wo Informationen zusammenlaufen. Dann gibt es Querverbindungen davon. Wenn ich nicht mal weiß, welcher Anschluss das ist oder welcher Name das ist, wenn ich den Kontext bekomme, zum Beispiel, angenommen, wir nehmen das mal heraus und sagen, das sind die Besucher von den Linux-Wochen, die hier kommuniziert haben, dann kann ich daraus bestimmte Dinge ableiten. Und je mehr Infos ich kriege, umso plausibler wird das. Wenn ich zum Beispiel hier die Telefonnummern mal kriege, dann weiß ich plötzlich Anschlüsse. Wenn ich Namen habe, weiß ich plötzlich Personen. Wenn ich Firmen habe, weiß ich plötzlich Firmenbeziehungen, was auch immer. Das hinterlasse ich tagtäglich in Telefon-Logs, E-Mail-Logs, was auch immer. Das wird einfach preisgegeben. Und das zu verschleiern kann ich nur mit entweder Verhalten ändern oder Verhalten ändern kombiniert miteinander in den Missionsnetzwerken. Aber diese Infos, die sind relativ leicht zu bekommen und schwer zu unterdrücken. Gehen wir mal zu komprimentierten Systemen über. Die mögen Sys-Admins gar nicht. Wie kann man Systeme komprimentieren? Naja, man kann Software kaufen, die Systeme komprimentiert. Es gibt da kommentielle Anbieter, die verkaufen an bestimmte Behörden. Fünf oder vier dieser Firmen sind publiziert durch die Snowden-Leaks. Das ist ein gutes Zeichen, so blöd es auch klingt. Wenn sich jemand die Mühe macht, ein Endgerät zu komprimentieren, dann heißt das, dass die Verschlüsselung zwischen den Endgeräten anscheinend noch gut genug ist, weil sonst müsste ich ja den Aufwand nicht treiben. Weil wenn ich aufs Endgerät muss, dann habe ich sowieso schon ein Problem, weil ich dann einfach in der Kommunikation vielleicht nicht ganz weiterkomme. Das ist mal gut. Aber wenn ich ein komprimentiertes System habe, dann nützt mir mein HTTPS und mein VPN und mein Analyseungsnetzwerk überhaupt nichts, weil ich bin an der Quelle und ich kann direkt an der Quelle mitschneiden und kann sehen, was passiert und mir ist egal, was danach passiert. Für alle, die Verschlüsselung auf ihr Mobiltelefon mögen, Mobiltelefone sind per se nicht vertrauenswürdig, weil das Netzwerk, an das sie angeschlossen sind, per se nicht vertrauenswürdig ist. Punkt. Da kann ich so viele Apps installieren, wie ich will. Ich kann immer nur einen Kompromiss finden. Und wenn die Dinger komprimentiert sind, schlecht. Noch eine gute Nachricht. Die Dinger sind teuer, diese Exploits. Das heißt, da die so teuer sind, macht es keinen Sinn, die gegen Millionen von Leuten gleichzeitig einzusetzen, weil das kann ich nur einmal machen, sobald es bekannt ist, gibt es Gegenmaßnahmen. Das heißt, das ist mal eine teure Variante. Was besser funktioniert, ist Implementationen korrumpieren. Da gibt es auch eine Geschichte dazu, wenn man das nachschaut. Da gibt es eine Firma, die Kryptoprodukte anbot und in Hintertüren hatte. IBM wurde gebeten, in Lotus Notes bestimmte Algorithmen zu verhindern oder nicht für den Rest der Welt freizugeben. Es gibt eine Story zu einer Windows-DLL. Und das geschieht einfach durch die Bitte, gewisse Anpassungen zu machen. Das bezieht sich jetzt auf diese drei Quellen. Und die Idee ist einfach, wenn ich die Implementation schwäche, kann ich vielleicht entweder die Kryptografie schwächen oder die Zufallsquellen für die Schlüssel und den Schlüssel leichter raten. Oder ich kann einen Nachschlüssel einbauen. Das ist relativ riskant, weil wenn irgendjemand diese Schlüssel findet, dann ist klar, dass das Produkt kompromittiert ist. Wenn ich aber einen schlechten Zufallsgenerator einbaue, der Schlüssel generiert es, ist es viel schöner. Und dazu kommt man dann. Wie passiert sowas? Wie kann ich einen Standard schwächen, eine Implementation? Beispiel, was durch die Medien ging vor ein paar Monaten, ist ein Zufallsgenerator für Pseudo-Zufalls-Zahlen. Aus diesen Dingen generiert man Schlüssel und das ist der Name dieses Systems. Und es gibt das amerikanische Standard-Institut, was diesen Algorithmus publiziert hat und als Standard vorgeschlagen hat. Wenn das NIST einen Standard vorschlägt, dann stürzen sich darauf die Akademiker und überlegen, was kann man damit alles machen. Schon zum Zeitpunkt des Vorschlags waren Schwächen bekannt, die man eigentlich aus anderen Algorithmen nicht kannte. Das Ding wurde trotzdem standardisiert. Später hat man überlegt, das kann nicht diese Schwächen haben ohne Zweck. Das heißt, das haben Mathematiker vermutet, dass das eine Hintertür ist. Und dieses Ding ging aber ein in eine Bibliothek für Developer, um Schlüssel zu generieren. Es wurde nicht zwangsweise verwendet, aber man konnte es verwenden, wenn man das wollte. Und da dieser Zufallsgenerator so schlecht war, beziehungsweise Lücken hatte, kann man damit im Prinzip die Anzahl der Schlüssel, die man raten muss, verringern und kann dann eine Attacke gegen unbekannte Schlüssel schneller machen. Und nachdem Edward Snowden an die Presse gegangen ist, hat die Firma, die diese Library verwaltet, davor gewarnt. Aber erst danach, wir reden jetzt hier über sechs Jahre, Standard ist in Verwendung, Standard ist in Bibliotheken. Und sechs Jahre danach kommt jemand darauf, ah ja, stimmt, eigentlich ist das ja schlecht. Zufälligerweise erst nachdem der Herr Snowden das gesagt hat. Sicher Zufall. Dieses Ding hat noch eine Nachgeschichte. Weil jetzt haben wir mal einen Zufallsgenerator, der schlechte Zufallszahlen generiert. Wenn ich den jetzt verwende, um meine Kommunikation über TLS abzusichern, dann habe ich eine Wortschöpfung aus diesen beiden Begriffen. Und dieser Zufallszahlen-Generator ist halt in RSA-Bibliotheken drin, für C, C++, Java. Der Microsoft Secure-Tannel, der auch für Developer verwendet wird auf der Windows-Welt, hat dieses Ding auch. Und das OpenSSL-Projekt hat spezielle Software für sogenannte FIPS-Einsatz. FIPS ist ein amerikanischer Regierungsstandard. Das heißt, die Regierung hat bestimmte Standards festgelegt für kryptografische Methoden, die ich einhalten muss in bestimmten Gebieten. Die normale OpenSSL-Bibliothek hat dieses Ding nicht. Aber die speziell für FIPS-Einsatz konzipierte SSL-Bibliothek von OpenSSL hat das sehr wohl. Das heißt, dieser Code ist mal relativ gut platziert. Und wenn man diesen einsetzt und TLS verwendet, dann ist eine Gruppe von Forschern jetzt im März draufgekommen, dass es tatsächlich Attacken gibt, um TLS-Verschlüsselung aufzubrechen. Und noch dazu hat diese Library eine sogenannte Extension für das TLS-Protokoll. Das wurde auf die Bitte von der NSA 2008 eingefügt. Das ist nicht Standard. Das ist nur in diesen bestimmten Bibliotheken zu finden. Und wenn ich jetzt das verwende, plus diese Extension, dann kann ich Attacken nochmal 65.000 Mal schneller machen, indem ich Schlüssel errate. Zufall. RSA hat diese Möglichkeit in den Libraries nach den Snowden-Leaks letztes Jahr deaktiviert, ohne das zu sagen, warum sie das machen. Das heißt, vor sechs Monaten wurde das deaktiviert. Die Studie ist jetzt erst rausgekommen. Das heißt, jetzt ist es erst im Rampenlicht. Aber sechs Monate vorher wurde das schon deaktiviert. Das kann kein Zufall sein. Das ist ein klares Anzeichen für eine gezielte Attacke auf den TLS-Standard. Es ist natürlich jetzt nicht gesagt, dass alle Welt diese Libraries in diesem Modus verwenden. Aber das ist eine absichtliche Platzierung von Algorithmen mit bekannten Schwachstellen, über die schon diskutiert wurde in der Fachwelt. Und die wurden trotzdem in Standards und Implementationen aufgenommen. Das ist eine sehr gute Attacke. Gut, warum glauben wir jetzt, dass es keine Kryptokalypse gibt? Weil es einfach Dinge gibt, die noch funktionieren. Was noch gut funktioniert, ist SSL-TLS mit einer offenen Implementation, die nicht diese Schwächen enthält, ja, gute Zufallsgeneratoren enthält. Die SSH, primär die Open SSH funktioniert, OpenVPN funktioniert in bestimmten Betriebsmodi, IPsec auch. Da ist die Mathematik noch gesund. Und dasselbe gilt für PGP und GPG, OpenVPN und OTR, auf unkompromittierten Systemen. Wenn ich ein Virus drauf habe, wenn jemand mitschaut, ja, wenn ich irgendwas eingebe, habe ich natürlich Pech gehabt, ja. Das Tor-Anonymisierungsprojekt hat ein sehr großes Lob von der NSA bekommen, weil sie sich daran die Zähne ausgebissen haben. Es ist schwer zu kompromittieren, es ist schwer reinzukommen, ja. Wenn man es verwendet wie empfohlen, ja. Ja, wenn man das nicht macht, dann läuft man in Probleme. Aber was hier sehr gelobt wurde, in Anführungszeichen, sind die Hidden Services. Das heißt, ich kann Dienste verstecken, meine Metadaten schützen, plus die Inhaltsdaten, das funktioniert sehr zuverlässig nach wie vor. Bei allen Sachen, die ich jetzt hier vergessen habe zu sagen, ja, ganz wichtig, und endlich kann ich es mal wirklich sagen mit Belegen, ja, es geht nur mit freier Software und offenen Standards. Aller Hersteller, jeglicher Code, der eine Blackbox enthält, proprietäre Software, hat immer das Risiko, dass da Dinge drin versteckt sind und wenn es auch nur Fehler sind, die man noch nicht gefunden hat, die einem das Leben schwer machen und die Kommunikation kompromittieren. Ich habe jetzt hier absichtlich Open Source in Anführungszeichen geschrieben, weil Open Source ist man schnell mal, ja. Windows ist auch Open Source, ja, wenn man es ganz hart nimmt. Das TrueCrypt-Projekt ist hier noch drin, weil die gerade einen Audit machen, weil TrueCrypt ist zwar offengelegt als Quellcode, man kann es aber nur unter ganz, ganz bestimmten Bedingungen kompilieren. Und das ist ein Problem, weil die Torleute haben zum Beispiel das Konzept des Trusted Build. Die sagen zum Beispiel, wenn ich den Source-Code veröffentliche, dann muss es einen deterministischen Prozess geben, der mir vom Source-Code zum Binary ein Produkt gibt, was ich nachvollziehen kann. Es gibt nämlich auch Attacken, die auf Compiler-Bugs losgehen und dann den Quellcode in Binary zu übersetzen mit Compiler-Bugs und dann irgendwie Fehler einführen. Das gibt es tatsächlich, ja. Und das größte Problem, keine Firmware, keine Binary-Blobs, das ist noch nicht wirklich gelöst, ja. Wir hatten auf den Linuswochen in Wien 2006 mal das Thema, es kann keine freie Software ohne freie Hardware geben, das ist noch ungelöst. Weil jedes Gerät, das wir hier haben, angefangen bei meinem Laptop, hat ein BIOS, was ich nicht kenne, mein Handy hat eine Firmware, die ich nicht kenne, die Treiber haben irgendwelche internen Code-Segmente, die sie nachladen, die Grafikkarten, kenne ich alles nicht, kann Überraschungen enthalten. Sollte eigentlich nicht mehr der Fall sein. Das ist noch ein langer Weg dorthin. Wenn ich Standards aussuchen muss, habe ich auch mehr als eine Wahl. Es gibt ja momentan den Advanced Encryption Standard, wo der AES, also der Rheindahl-Algorithmus, herausgefallen ist. Der AES wurde gesucht, bestimmt und gefunden, standardisiert vom NIST, das ist das amerikanische Standardisierungsinstitut. Der AES-Kandidat, der gewählt wurde, ist offengelegt, das heißt, zu diesem Algorithmus gibt es mathematische Publikationen, das schaut gut aus. Man darf nur eins nicht vergessen, das amerikanische Standardinstitut muss mit der NSA zusammenarbeiten, weil die NSA nämlich auch eine Doppelrolle hat. Die NSA muss die Kommunikation und die Daten der US-Regierung schützen. Das bedeutet, dass sie dort automatisch mitreden und dass man da auch den Einfluss nicht herausbekommt. Ich kann aber auch andere Standards wählen. Es ist halt die Frage, ob die besser sind, aber es gibt in Japan, in der EU, Initiativen, Algorithmen zu standardisieren, damit sie von der Wirtschaft und von Regierungen eingesetzt werden können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel keinen Algorithmus haben möchte, der aus diesem Prozess herausfällt, dann kann ich auf die Gewinner dieser Standardisierungsprozesse zurückgreifen, wo auch Algorithmen herausfallen, die vielleicht schlechter getestet sind, aber zumindest in einem Screening unterzogen wurden. Sollte jemand selbst Code schreiben, bitte keine Algorithmen verwenden, die nicht untersucht wurden. Es ist schön, wenn ich in Google einen Algorithmus gefunden habe, den ich noch nie vorher gehört habe, ich würde ihn aber nicht verwenden. Ich würde schauen, gibt es dazu Studien. Hat den ja schon mal versucht zu knacken. Bitte keine Algorithmen selbst entwickeln. Verwendet jemand CryptoCat? CryptoCat ist eine nette Idee. Aber Kryptografie und kryptografische, sichere Kommunikationsprotokolle gut zu designen, gut umzusetzen, ist nichts, was ich einfach mache, indem ich einen Texteditor öffne und mal ein bisschen Code reinschreibe. Das geht so nicht. Das heißt, bitte keine Algorithmen selbst entwickeln. Keine. Es gibt genug, unter denen kann man auswählen. Es gibt Referenzimplementationen. Bitte keine Algorithmen selbst entwickeln. Ja, ich meine, ich kann natürlich einen Algorithmen entwickeln, niemandem sagen, dann ist er automatisch sicher, aber das stimmt tatsächlich auch nicht. Es gibt noch eine Kleinigkeit. Und zwar gibt es in der Kryptowelt das Konzept der Perfect Forward Secrecy, weil das Problem ist, wenn ich einen Schlüssel verwende, dann exponiere ich ihn. Das heißt, wenn ich einen kryptografischen Schlüssel oft verwende, wird er exponiert, weil ich weiß, dass Daten damit verschlüsselt wurden. Die Idee, das zu umgehen, ist, dass ich einen Langzeitschlüssel habe, den ich nur ganz selten verwende und pro Kommunikation einen eigenen Schlüssel entwickle, der nur für diese eine Kommunikation gilt und für sonst nichts anderes. Das heißt, ich habe dann Sessionkeys, die ich einfach nur für eine E-Mail verwende oder für eine HTTPS-Session. Und die Idee ist einfach, wenn jetzt jemand die Kommunikation sieht und den Sessionkey kompromittiert, dann hat er vielleicht eine Session, aber nicht alle, und den Langzeitschlüssel hat er auch nicht. Und das ist Perfect Forward Secrecy oder Forward Secrecy. Das Problem ist, dass diese temporären Sessionkeys gute Zufallszahlen benötigen, da setzt er die Attacke auf den Standard ein. Wenn ich den Zufallszahlengenerator manipulieren kann oder nur einen Counter nehmen, dann kann ich Sessionkeys erraten. Wenn ich gute Zufallszahlen habe, dann funktioniert PFS sehr gut, wird auch empfohlen, ist im Prinzip state-of-the-art momentan. Und PFS wird unterstützt von den meisten Browsern und von diesen Protokollen. Also IPsec kann es, wenn man es einschaltet. Open SSL und nur TLS können es, wenn man es einschaltet. Open VPN kann es auch, aber nur und nur dann, wenn ich für die Authentisierung meines VPNs SSL-Zertifikate nehme. Es gibt welche, die haben nur Passworts. Wenn ich hier nur ein Passwort-Setup habe, habe ich keinen PFS. Ich habe einen Langzeitschlüssel für alles. OTR kann es auch und die SSH kann es auch. Und es gibt momentan halt Bestrebungen, PFS in möglichst vielen Protokollen einzubauen. Einige ISPs und Firmen sträuben sich noch oder können es einfach nicht. Für die habe ich nur die Botschaft, die Enigma am Zweiten Weltkrieg konnte das schon. Wenn es ISPs jetzt noch nicht können, dann ist das traurig. Wie kann ich das konfigurieren? Es gibt für die meiste Software sogenannte Cypher-Strings, wo man einfach hier eine Auswahl von Algorithmen konfiguriert, wo man einfach sagt, ich hätte gerne diese und nicht diese. Dieser String ist etwas älter, der gilt für den NGINs, es gibt die auch für den Apache. Aber ich empfehle, weil diese Sachen sind jetzt eigentlich schon im letzten Morgen veraltet, es gibt hier das Applied Crypto Hardening Project. Wenn man das googelt oder auf diesen Link klickt, kommt man direkt zum Projekt. Das ist eine Anstrengung von vielen Leuten aus der Systemadministration, aus der IT-Security, die genau aufzeigen, welche Software wie zu konfigurieren ist, damit ich halt den bestmöglichen Schutz habe. Also Applied Crypto Hardening ist die Anlaufstelle für alle, die Software konfigurieren, SysAdmins primär, die nachschauen wollen, was ist momentan das bestmatch. Unbedingt da hineinschauen und richtig konfigurieren. Das ist die Server-Seite. Wir haben ja noch eine Client-Seite. Das heißt, wenn ich PFS am Server habe, muss ich das Ding auch richtig konsumieren, weil Client und Server einigen sich auf einen Modus, den sie beide verstehen. Wenn der Client jetzt PFS nicht kann, dann wird der Server auch PFS nicht wählen. Und viele Browser haben relativ großzügige Einstellungen, wo sie halt alle möglichen Algorithmen und Schlüssellängen akzeptieren. Da muss man leider mal mit dem Browser ein ernstes Wort reden. Beim Firefox ist About Config oder in den Preferences ein guter Tipp. Mal schauen, bei About Config im Firefox nach SSL filtern und einfach mal schauen, was da alles eingeschaltet ist. Ganz runtergeboren, wenn man jetzt in der Applied Crypto Hardening Guide nicht zur Hand hat, SSL v2 muss man raus und alle Schlüssel kürzer als 128 Bit raus. raus damit. Das Einzige, was dann passieren kann, ist, dass man bei einigen konservativen Websites, die von Finanzinstituten verwendet werden, noch auf alte Algorithmen stößt, muss man eine Ausnahme machen. Ganz wichtig, bei Browsern schauen, dass TLS V1.1 und V1.2 konfiguriert ist. Die meisten Browser haben es mittlerweile, es gibt einige Ausnahmen. Sollte jemand noch XP verwenden wollen, keine gute Idee. Und ganz wichtig, es kann mir passieren, dass ich ein Software-Upgrade mache und das Ding dann plötzlich wieder irgendwelche anderen Settings hat. Ist schon passiert, auf Android-Handys, wo die Java-Version gewechselt wurde und die Java-Version dann andere Ideen hatte von Algorithmen. So, Algorithmen. Welche nehmen wir jetzt? Naja, das ist schwer. Ganze Mathematiker beschäftigen sich damit. Die Algorithmen, die jetzt hier aufgelistet sind für Verschlüsselung und Hash-Funktionen, die sind noch verwendbar. Blowfish ist älter als Tofish, deswegen habe ich es eingerahmt. Und es gibt halt Diskussionen. Also, AES ist sicher unter den Kandidaten am besten getestet, die anderen sind schlechter getestet, aber sie sind noch in einer guten Wahl. Was unbedingt zu vermeiden ist, das war noch bei dem Endings und der Apache-String drin, da ist DSA noch drin. DSA ist ein sehr zweifelhafter Standard, der auch vom NIST kommt. Den würde heute niemand mehr einsetzen. RC4 fällt auch schon raus. DES ist uralt, der ist aus den 70ern, der muss auch raus. Es gibt einen Workaround, der sollte eigentlich auch raus, wird aber leider noch von einigen Webseiten unterstützt, die zum Beispiel für Kreditkarten, Transaktionen zuständig sind. Und MD5 und SHA-1 auch rausschmeißen. Hier gibt es einen neuen Kandidaten, der vom NIST gerade standardisiert wird. Das NIST hat nur bei der Standardisierung beschlossen, dass sie den Algorithmus verschlechtern. Sie sind jetzt gerade wieder dabei, das wieder rückgängig zu machen. Würde ich noch nicht nehmen, bis klar ist, was sie eigentlich vorhaben. Dann, Betriebsarten von Blockziffern. Blockziffern sind Algorithmen, die einfach einen Block von Daten, der eine feste Größe hat, in einen anderen Block verschlüsselter Daten umwandeln. Das will ich manchmal nicht. Ich habe zum Beispiel manchmal Datenströme, wie Video oder was auch immer. Da möchte ich halt einen ständigen Strom von Verschlüsselung haben. Da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu ändern. Oder mehrere sogar. Der verbreiteste Mode ist CPC. Wenn ich CPC verwende und TLS 1.0 habe, wie zum Beispiel auf Windows XP mit Intake Explorer, dann kann ich da eine Attacke zum Opfer fallen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf TLS 1.1 oder höher gehe, dann kann ich das ändern. Wenn ich modernere Systeme habe, dann kann man das Ganze auch mit einem GCM-Mode sozusagen, also wird man in den Config-Strings finden, oder mit einem Zähler verbessern. Das heißt, wenn ich das konfiguriere, möge ich es auf TLS V1.1, 1.2 gehen und GCM verwenden. Diese Attacken würden aber eine hohe Bandbreite erfordern. Das ist keine Attacke, die ich jetzt mitliest, sondern muss ich aktiv einen Server attackieren und ihm viele Daten schicken. Das heißt, die Attacke klingt jetzt nicht so dramatisch, weil wenn zum Beispiel mein Web-Server 40 GB Daten empfangen muss, damit jemand einen Schlüssel raten kann, dann werde ich das hoffentlich mitkriegen. Wenn ich es nicht mitkriege, ist Kryptografie mein geringstes Problem. Ja. 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 Gut. Das heißt, zusammengefasst, die Kryptografie funktioniert noch, Implementationen funktionieren, funktionieren nicht, funktionieren immer, funktionieren nicht immer. Das hängt vom Code ab. Ja, das ist halt Software. Fokus ist Software, die inspiziert ist, wo der Quellcode angeschaut werden kann, hat eine höhere Sicherheit, wenn man nicht gerade Bugs übersieht, weil das Problem ist, es waren jetzt OpenSSL in den Schlagzeilen vor ein paar Monaten und GNU-TLS, weil dort zum Beispiel auch Checks nicht gemacht wurden von Zertifikaten, die sie eigentlich hätten tun sollen. Und da ist es halt mir nicht sicher, ist es ein Versehen oder war das Absicht? Ja. Man geht mal von einem Versehen aus, aber ich kann zumindest bei solchen Projekten ein Code Review machen und wenn ich einen Binary Blob kriege, kann ich nicht viel machen. Die Passworte und Schlüssel, die ich mir generiert habe, sind das Wichtigste, was ich habe. Wenn die irgendwie aus der Hand kommen, durch ein kompromittiertes System, habe ich ein Problem. Wie gehe ich mit kompromittierten Systemen um? Genauso wie in der Biologie. Verbrennen, neu aufsetzen. Ich habe auch Kollegen, die sagen, ja, da habe ich ein Virus gehabt auf dem System, aber ich habe das Ding gereinigt. Nein. Neu formatieren. Alle Daten checken. Und wenn es geht, die Daten auch, wenn man auf sie verzichten kann, nicht wieder kopieren. In der Biologie funktioniert das. Da gibt es so Quarantäne und so Dinge. Das funktioniert eigentlich in der IT auch, wenn man sich mal durchringt, das konsistent einzuhalten. Nicht Viren löschen und glauben, das ist alles okay. Der Spionageskandal erzwingt, dass man alle Infrastruktur, und zwar alle Infrastruktur, die man verwendet für Kommunikation und Datenspeicherung, hinterfragt. Da gehört auch die Sagen und Womel Cloud dazu. Und es gibt leider keine Abkürzungen. Es gibt keine App, die ich mir runterlade und dann wird alles automatisch gemacht. Das gibt es nicht. Ich muss mich irgendwann auseinandersetzen und dann muss ich Entscheidungen treffen. Wie weit ich das mache, wie viel Aufwand ich treibe, ist es mir überlassen. Aber zumindest Sysadmins sollten da keine Abkürzungen gehen. Und man sollte sich etwas Wissen in Sachen Krypto aneignen. Mir geht es jetzt nicht darum, dass jetzt alle plötzlich die mathematischen Paper lesen, aber einfach nur mal verstehen, was ist ein Algorithmus, was ist der Schlüssel, wie funktioniert das, auf was muss ich aufpassen. Und Sysadmins können ja gerne mal schauen, was RSA-Algorithmen und analytische Kurven sind, weil die müssten das eigentlich mittlerweile wissen. Ja, und noch ein Fazit, das hat sich bewahrheitet. Wir sind noch nicht am Ende. Es wird noch viel mehr in den Medien diskutiert werden, es wird noch viel mehr herauskommen, was jetzt eigentlich gefährlich ist, was nicht mehr funktioniert. Wir wissen das alle noch nicht komplett. Und ich muss gestehen, also mein Sommer letztes Jahr war verdammt kurz, weil ich dauernd mitlesen musste, was jetzt schon wieder kaputt ist. Und das wird uns noch bevorstehen, weil die Snowden League sind noch lange nicht fertig. Und die Journalisten haben ja gerade erst angefangen, darüber zu berichten. Das wird doch noch auf einige Jahre so bleiben. Da darf man sich keine Illusionen machen. Gibt es Fragen dazu? Ja? Da gibt es ein Mikrofon. Vielen Dank, sehr interessanter Vortrag. Ich habe vieles gelernt, selbst weil ich hobbymäßig in der Krypto-Party aktiv bin. Ich habe zwei Anmerkungen und eine Frage. Was TrueCrypt angeht, meines Wissens nach hat es letzten Herbst ein kanadischer Bachelor oder Masterstudent geschafft, TrueCrypt genauso zu kompilieren, dass die Prüfsummen stimmen. Das ist jetzt kein offizielles Audit, aber zumindest schon mal ein Hinweis, dass da hoffentlich keine Hintertür drin ist. Weiß man nicht so genau. Was RC4 angeht, da ist im November veröffentlicht worden von dem Jacob Applebaum, dass die NSA das in Echtzeit mitlesen kann. Das österreichische Finanzamt hat bis dato RC4 standardmäßig verwendet und ich habe meine Steuererklärung da hochgeladen. Also liegen jetzt alle österreichischen elektronischen Steuererklärungen bis November 2013 bei der NSA. Das kann man auch gerne nachlesen. Die Frage ist, es gibt auch ernstzunehmende Hinweise und auch schon Veröffentlichungen, dass die Certificate Authorities für die SSL-Zertifikate wie Verisign oder Komodo mit der NSA kooperieren gegen Bezahlung oder im Zweifel geknackt werden wie DigiNotar. Was ist dann von den Standard-SSL-Zertifikaten in meinem Browser zu halten? Also wenn man sich die einmal durchschaut, das heißt, wenn man bei dem Browser die Zertifizierungsstellen für SSL-Zertifikate anschaut, denen der Browser automatisch vertraut, da werden einem die Augen übergehen und es ist selbst für Fachleute nicht feststellbar, welche CAs gebraucht werden, welche nicht. Im Applied Crypto-Harding-Projekt wird gerade diskutiert, ob man eine Liste dieser CAs generiert und man schaut, die sind gut, die nicht. Man darf nur eine Zeit vergessen, wenn sollte eine CA je kooperieren, ist sie out of business. Das heißt, die wissen sehr wohl, dass sie da in Gefahr geraten, wenn je herauskommt, dass ein Zertifikat manipuliert werden konnte, wie zum Beispiel bei diesem DigiNotar, diesem holländischen Provider, dann ist sie out of business und das wissen alle. Das heißt, das ist ein bisschen ein Check gegen diesen Missbrauch, sag ich mal, nur was wahrscheinlicher ist, dass zum Beispiel dann Zertifikate von Firmen gestohlen werden. Da gab es zum Beispiel gestohlene Zertifikate von der Firma RealTech und von anderen für signierte Treiber, die dann auch für Schadsoftware verwendet wurden und das Szenario, ich sag mal, ist etwas CA-schonender, man geht einfach zu einem Käufer von einem Zertifikat und versucht, das zu bekommen. Aber auch da gilt dasselbe. Sollte dieses Zertifikat je missbraucht werden, wenn ich zum Beispiel an die Cloud-Anbieter denke, Apple, Google, Microsoft, wenn jetzt das Zertifikat für Gmail, Hotmail, wer auch immer, Outlook.com kompromittiert wird, ist der Image-Schaden enorm und das ist auch nicht in deren Interesse. Aber das ist das Einzige, was dagegen steht. Ansonsten kann das passieren. Kurz, da kommt ein Mikrofon. Wie Sie wissen, gibt es ja dieses Walshauer-B-Protokoll namens SIP. Das ist unverschlüsselt. Jetzt gibt es seit kurzer Zeit so einen Nachfolger von SIP, der ist verschlüsselt, der heißt irgendwas jetzt mit Z am Anfang. ZRCP. Ganz genau. Können Sie eine Aussage darüber machen, wie sicher dieses Protokoll ist? ZRTP ist vom Design her sicher genug. Das Problem ist, und das ist eine Grundsatzfrage, wenn ich verschlüsselte Kommunikation verwende, dann ist die erste Frage, die man sich stellen sollte, wer hat eigentlich die Schlüssel? Wenn ich nie aktiv Schlüssel gemacht habe und da verschlüsselt plötzlich irgendetwas, müssen Schlüssel irgendwie entstanden sein. Bei ZRTP werden die meistens zufällig generiert. Ich habe dann solche Session-Schlüssel. Dann ist die Kommunikation so sicher wie die beteiligten Endgeräte oder der Vermittler. Wenn der Vermittler natürlich das mitkriegt, dann habe ich auch ein Problem, aber es gibt Systeme, wo das recht zuverlässig funktioniert. Und die Schlüssellänge, beziehungsweise welche Algorithmen werden da eingesetzt? Da werden die SSL-Algorithmen eingesetzt, das heißt, ich habe dann 128 bis 256 Bit plus die Standard-SSL-Algorithmen. Und Vertreter, die ZRTP verwenden, sind zum Beispiel das Red Phone für Android, das PGP-Phone vom Zimmerman hat das zuerst gemacht, der hat das auch entwickelt. Plus, es gibt einige SIP-Clients, die ZRTP sprechen. Also damit könnte man arbeiten. Dankeschön. Wie schaut das eigentlich im Falle von BlackBerry aus? Man sagt ja immer, BlackBerry ist ja das System, wenn man sagt, okay, will das ein sicheres Telefon haben. Wie sicher ist das noch? BlackBerry hat ein sehr solides Design, allerdings, derjenige, der den BlackBerry Enterprise Server betreibt, der kann natürlich zu den Schlüsseln kommen. Wenn ich jetzt in der Firma bin, habe ich in der Regel eigene Enterprise Server, da bin ich recht gut unterwegs. Wenn ich natürlich Server betreiben lasse, weil ich zum Beispiel ein Mobilfunker bin oder sowas, dann hängt das halt davon ab, wo die Dinger stehen und wer sie verwaltet. Aber auch da gilt dasselbe, wie eben gesagt, für CAs, der Rufschaden steuert das ein bisschen. Also das BlackBerry-Design ist sehr gut. Es ist schon etwas älter, aber es ist noch ausreichend, aber es steht und fällt mit, wo sind die Server, über die die Kommunikation läuft. Dankeschön. Direkt zu diesem BlackBerry-Punkt. Gerade bei den BlackBerry-Messenger sollte man doch vielleicht denken, dass bei der normalen Verwendung ohne einen eigenen Messenger-Server zu betreiben, die Schlüssel verfolgt bei den BlackBerry-Servern und bei der Türen. Genau, ja. Also wie gesagt, hängt davon ab, wo die Server stehen, wer die Schlüssel verwaltet. Wenn ich sicher gehen will, habe ich eine komplette eigene Infrastruktur dafür und dann kontrolliere ich das zumindest. Oder wieder das Problem, dass es ein Problem ist, wenn es um die eigene Infrastruktur ist. Ja. Wie kann ich Ihnen ein bisschen einschätzen, die Krypto-Infrastruktur von den Debian-Repositories zum Beispiel zu unterlaufen und den Key zu bekommen oder zu manipulieren? Also Debian funktioniert schon relativ lang mit signierten Packages. Das heißt, da ist GPG eigentlich das Arbeitspferd dahinter. GPG und PGP kann man halt kompromittieren, indem man halt in das Web of Trust eindringt beziehungsweise die Schlüssel tauscht. Und wir haben es schon erlebt bei der Krypto-Party in Wien. Also einer der Organisatoren hat dann plötzlich nach einer Krypto-Party mehrere Schlüssel auf Key-Servern gehabt und nur einer war seiner. Und wenn ich PGP, GPG auf dem Level betreibe, tauschen wir einfach mal einen Schlüssel aus und es wird schon stimmen, habe ich ein Problem. Das heißt, ich muss irgendwie einen Trust-Pfad einbauen und der ist bei Debian recht brauchbar. Also das heißt, Sie würden die einzelnen Pakete, Paketsignaturen und nicht die gepostet, die Signaturen angreifen? Ja, also man müsste, oder man kann natürlich, wenn ich irgendwie die Sources verändern kann, man kennt vielleicht, kennt einige, ich trage eine neue Source ein, weil ich zum Beispiel Multimedia-Files brauche, wie auch immer, da kriege ich halt da irgendwie ein Repository, das trage ich ein, dann hole ich mir den Key und da kann es schief gehen. Wenn ich dann einen falschen Key vom falschen Repository hole, habe ich plötzlich Trojaner an Bord. Und da würde man einhaken. Gut, dann bedanke ich mich, ich bin eh noch hier anwesend, wenn jemand Fragen hat, ansprechen. Danke. 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 Danke.